Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute gerne in diesem Video 5 Tipps geben, die euch in Sons of Forest auf jeden Fall weiterhelfen können und ich würde sagen, wir starten direkt mit Tipp Nummer 1. So Leute, Tipp Nummer 1, dreht euch um Virginia. Ihr läuft ab und zu bei eurer Base rum und freut euch langsam mit euch an. Ganz wichtig, keine Waffe da anhalten, sonst verschreckt ihr sie und irgendwann könnt ihr ihr Items geben, wenn ihr näher an sie rangeht und dann könnt ihr ihr zum Beispiel eine Waffe geben. Ich habe ihr meine Pistole gegeben, ihr könnt ihr auch Klamotten geben, die ihr finden könnt und ihr könnt ihr auch zum Beispiel eine zweite Waffe ausrüsten. Ihr seht soweit, hier kann sie jetzt Schrotflinte und meine Pistole tragen, aber Schrotflinte würde ich behalten. Der Vorteil ist, wenn ihr ihr diese Waffe gebt, dann kann sie damit schießen und sie verbraucht keine Munition und sie läuft immer in der Nähe eurer Base rum und ballert so gesehen Feinde ab. Plus, ihr habt gesehen, sie hat an ihrer linken Seite oben einen Peilsender. Man kann ihr auch einen Peilsender geben und dadurch wisst ihr auf der Card immer, wo sie ist, weil sie ist bei mir hier im GPS. Die grüne Markierung, die hier rumläuft, ist bei mir auf jeden Fall Virginia. So, wenn wir schon bei dem Thema GPS, Leute, kann man als zweiten Tipp direkt den Punkt geben, wie ihr euch Orte markieren könnt. Ihr habt jetzt hier zum Beispiel einen Ort gefunden, wo ihr sagt, hey, hier würde ich vielleicht gerne bauen, hier würde ich mir gerne merken oder ich habe hier vielleicht ein Lager oder ich habe hier eine Höhle gefunden oder hier ist generell ein Spot, wo super guter Loot droppt. Könnt ihr euch ganz einfach auf der Karte markieren. Ihr geht einfach hin, macht einen Rechtsklick, dass ihr euren Stock in den Boden rammen könnt. Dann nehmt ihr euch die gelooteten GPS-Sender, die ihr bekommt. Die sind hier oben im Koffer drin und dann könnt ihr den GPS-Sender auf diesen Stock draufpacken. Ihr könnt aber auch mit Rechtsklick das Symbol ändern, was ihr auf der Karte angezeigt bekommen wollt. Sagt ihr, okay, ihr nehmt jetzt zum Beispiel Gelb für Loot und ihr nehmt Grün für was auch immer. Also hier gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Dann packt ihr ihn einfach hier drauf. So, und dann haben wir hier nämlich den Sender dran. Ihr seht, es ist so ein bisschen hier oben dran gepackt. Dann markieren wir auf der Karte damit unseren Base, also diesen Ort hier. Tipps über drei Leute, auch direkt für eure Base-Verteidigung. Ihr habt das Problem, dass ihr irgendwo gebaut habt und ihr habt, ja, ich sag mal, Gegner, die immer wieder auf eure Base zu laufen, auf eure Türen zu laufen. Auch das könnt ihr ein bisschen minimieren, euch leichter machen, indem ihr einfach einen Stock in den Boden rammt, um euren Gang rum. Rüstet zum Beispiel eine Axt aus und dann bekommt ihr hier diese Markierung und dann kloppen wir da so gesehen drauf und dann seht ihr, dass der Stock schräg wird und er angespitzt ist. Das heißt, wenn man jetzt dagegen läuft, bekommt ihr auf jeden Fall gut Schaden. Ihr seht bei mir zum Beispiel, es hat komplett eine Rüstung zerstört. Also auch selber ihr könnt Schaden bekommen, also auch ein bisschen aufpassen. Aber damit könnt ihr eure Base auch sicherer machen, wenn ihr das um eure Base rum macht oder vielleicht um ein kleines Camp oder was auch immer, dass Gegner auf jeden Fall, ähm, ja, dagegen laufen. Wenn ihr das irgendwo an Orten macht, wo es dunkel ist, macht lieber noch ein Licht dazu, nicht, dass ihr im Dunkeln selber auf einmal gegen die Spitze läuft, weil das kann euch auf jeden Fall auch richtig gut wehtun. So Leute, der vorletzte Tipp. Also ihr habt so Stellen wie hier, ah, ich komme hier nicht runter. Ich meine, hier gibt es ja zwar einen Weg, aber rein theoretisch, hier kommt ihr nicht runter oder der Weg ist ja aufwendig. Und dann gibt es hier diese, den gedruckten Schlitten, den ihr euch vom 3D-Drucker holen könnt. Am besten irgendwie auf eine Taste legen. Ich habe ihn jetzt hier mir auf die 7 gelegt. Wenn ihr jetzt hier runter wollt, dann einfach springen, die Wanne ausrüsten mit Linksklick und ihr seht, wir dotzen jetzt hier runter und wir bekommen keinen Fallschaden. Ja, wir sind von, wir sind jetzt hier von der Klippe runtergesprungen und da ist nichts passiert. Schlitten schützt uns. Ihr könnt damit auch auf längere Strecken rutschen. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, mit dem Schlitten euch fortzubewegen. Ist eigentlich fast ein Must-Have, wenn ihr wirklich wegen Fallschaden Probleme behauptet. Ähm, gerade wie gesagt, wenn ihr viel auf Erkunden seid, finde ich das Ding einfach super gut, mit dabei zu haben. Und ja, kommen wir zum letzten Tipp. So Leute, und als letzten Tipp, ähm, man kennt es ja vielleicht, ihr seid irgendwann so kleinen, ja, Orten hier. Und der Karte überall gibt es ja diese Radios. Aber ihr wollt vielleicht Musik bei euch in der Base haben. Kein Problem. Nehmt einfach euren Kelvin mit. Dann gebt ihm, wenn ihr in der Nähe so eines Radios seid, ähm, habt ihr hier diese mehreren Sachen, kennt ihr ja, dass man im Prinzip was geben kann. Und dann sagt ihr, nimm, ne, ups, Entschuldigung, nicht nimm, Gegenstand ist es nicht. Entschuldigung. Geht hin, nehmt den Notizblock. So, und dann könnt ihr hingehen, hol Radio, weil Radio ist in der Nähe, ja. Ja, und, ähm, können wir ja zum Beispiel Volgömi zum Beispiel machen. So, ja. Dann geht ihr jetzt hin und holt sich das Radio, ja, und nehmt es dann einfach mit. So könnt ihr ein Radio mit zu eurer Base nehmen. Ganz cool, falls ihr ein bisschen Musik haben wollt. So, und seid ihr im Prinzip bei eurer Base angekommen, dann gebt ihr einfach ihm hier den Zettel und zack, ihr seht ja, lässt automatisch auch das Radio fallen. Also wenn es dann im Ort ist, wo ihr es haben wollt, könnt ihr einfach das Radio dann liegen lassen und habt ihr euer Radio. So, Leute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, haben die fünf Tipps euch geholfen? Es wird weitere Tipps, falls ich noch, geben, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, Leute, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bis denne und ciao.